Jetzt geht die EM 2024 los, gesucht für die beste Mannschaft des Kontinents. Alles ist bereit. Chance zum Tor. Fehlt nicht viel bis zum Tor, da war eine Menge Power. Aber er muss aufpassen, sie kommen, sind da erst. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Die Ecke kommt. Ausgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Er versucht. Tor. Da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Wird mit der Chance. Wieder fehlen natürlich nur Zentimeter. Guter Pass. Er erholt sich den Ball. Das macht er sicher. Cerdan Shaqiri. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Die kommen. Vielleicht ist das die Chance. Auch vor dem gegnerischen. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Mussten sie machen. Dann haben die hier alles in den Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Er schießt. Alleine durch. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1. Nur noch der Torwart vor sich. Klasse. Kai Havertz. Diese Szene müssen wir eigentlich gar nicht groß kommentieren. Das ist überragend. Perfekt gemacht. Chance für den Konter jetzt. Da ist die Chance. Und damit sind sie nun mit drei Toren vorne. Machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Chance für Groß. Gehalten. Groß mit der Hereingabe. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine Superparade. Sommer verhindert. Mit den Fingerspitzen das Tor. Bringt den Ball über die Latte. Jetzt steht der Sieg der deutschen Mannschaft fest. Schluss hilft. Das war es für heute.